So, welches Geschäft hast du hier? Das ist ein Land von Monstrosities. Und ich bin keine Exception. Du bist hier, um mich zu retten. Aber ich bin schuld. Ein wachsamer Kind des Abyss. Ist das etwas, das du dir vergeben kannst? Oh, wirklich? Du bist kein ordentlicher Mann. Sehr gut. Außer ich habe mich verletzt von der Abyss. Ich bin Carla. Und ich akzeptiere deine Proposal. Juhu. Carla. Nett, dich kennenzulernen. So, ich überlege gerade, was machen wir jetzt. Jetzt haben wir immer noch den Schlüssel und... Oh, oh. Sind mehr als ich dachte. Oh, da ist der Typ, der kann diese Steine schleudern, ha? Na, kannst du Steine schleudern? Deine Mama ist stolz auf dich. Sag mich am Schuh. Oh, da war eine Nachricht. Ah ja, da war eine Mimik. Ist ja wahr. Ist ja wahr. Habe ich wieder ganz vergessen. Ist da? Unglück voraus. Ja klar. Ich weiß. Ich habe da einen Herzinfarkt gekriegt bei diesem Ding. Nicht nochmal. Einmal reicht. Da komme ich wieder zu der gottlosen Stadt. Aber Leute. Dort habe ich ja alles schon gemacht. Oder sehe ich, finde ich aus ein Item, wo ich noch nicht war oder so? Ne, da habe ich auch schon alles gemacht. Ach man. Nein, es neigt sich dem Ende zu. Ich will das nicht. Nein. So, wir haben hier jetzt auch... Wir wollen zum Feuerband schreien, bitte. Denn wir haben Carla gefunden. Jetzt wollen wir erstmal den Dialog mit ihr triggern. Und gucken, was sie zu sagen hat. So. Carla, wo bist du? Wo könnte Carla sein? Okay, die ist wahrscheinlich irgendwo da unten und hockt. Und ähm... Ne? Ist schon. Hast du was Neues zu sagen? Okay, kennen wir schon, ja. Du hast nichts Neues, aber... Ähm... Hast du getragen? Oh, ich müsste mir die ganzen Zauberchen noch kaufen. Oh. Will ich nicht so. Ne. Oh, hello. Grey red, meine ich. Weißt du was Neues? Nein. Aber wir haben eine Asche. Die Asche des Werters oder sowas. Hier ist Carla. Ich auch, danke. What shall we do, when we come for you? Bitte um Unterricht in dunkler Zauberei. You're a wicked one, aren't you? Very well. Humans are of the dark. And you are no different. Some may have hurt their eyes. But the truth remains the truth. Be careful though. Few humans are privy to this knowledge. Let it be a secret. Kept between you and I. A secret kept between you and I. Oh, ich hab noch einen Promantiefolianten. Alles klar, sprechen erstmal. There is one thing that you should know. There is a darkness within man. And I am afraid you will peer into it. Whether the fear will spark self-reflection. Or a ruinous nostalgia. It's up to you entirely. Fear not. Your choice will bring you no score. There is one thing that you have to do with the darkness within the world. Dunkle Zauberer lernen. So, we have Verbundenheit. Erzeugt dunkle Manifestation der Menschlichkeit. Mmm, kennen wir schon. Und wir haben unsere Schneide. Schlägt mit einer aus der Dunkel der Menschlichkeit geformten Klinge zu. 15.000. Alter, 30 int. Bleib mal da. Ich werde erstmal zu unserem... Ähm... Wer heißt denn nochmal? Cornix. Dem werde ich erstmal den Folianten geben. Und zwar den von Isele. Ah, was haben wir hier? Ein Pyromancy-Tome von Isele. Dann hast du das Haus der Pyromancy. Brilliant. Ich werde niemals kürzen, dass ich wieder alt und ungekehrt bin. Jetzt, jetzt, zeig es dir hier, schnell. Lass uns sie zusammen channelen. Die primale Pyromancy ist nur für den alten Master Salaman. Salaman. So, was hat er... Oh, Alter, ist da viel. Oh, Flammenbogen. Versteckt die rechte Waffe mit Flammen. Ich will die erst vorlesen, wenn ich es habe. Chaos-Sturm. Oh, je. Errichtet in der Nähe mehrere Chaos-Feuerpfeiler. Geile Sache. Große Chaos-Feuerkugel. Schleudert riesige Chaos-Feuerkugel. Oh, ich will... Warte, einen Folianten will ich hier übergeben. Den Chaos-Feuerkugel. Oder hätte ich nur Iselith an Carla übergeben können. Ah, ja. Oh, ein Pyromancy-Feuerkugel, haben wir? Quailana, Wälder von Iselith. Kriegt man die gleichen Salaman? Ich will die Sache, die beste ich kann. Besonders... Errichtet in der Nähe mehrere Feuerpfeiler. Hm, ja. Feuerige Peitsche. Fegt Feinde mit Feuerpeitsche beiseite. Enttäuschend. Enttäuschend. Das Schlimmste ist, ich muss jeden Scheiß kaufen, weil es so übelst teuer auch noch ist. Ah. Ah. So. Kleine Titanichia, weh? Ja, bitte. Ne, das... Warte mal. Was will ich denn haben? Was macht das denn? Der Schaden erhöht sich mit aufeinanderfolgenden Angriffen. Mhm. Erhöht vorübergehend alle Resistenzen. Was will ich denn haben? Ich glaube, den Chaos-Feuerball oder Giftnebel. Okay, ich bin beleidigt. Die Kunst der Flamme des Chaos aus dem alten Iselith schleudert eine riesige Chaos-Feuerkugel. Die Chaos-Flamme schmilzt sogar riesige Brocken und erzeugt beim Aufprall vor übrigens geschmolzenes Lava. Die Hexe von Iselith und ihre Töchter brachten die Flamme des Chaos in diese Welt und wurden jedoch samt ihres Zuhauses von ihr verschlungen. Das müsste ich mir... Heilungshilfe müsste ich mir kaufen. Hier unten ist auch nichts Besonderes. Obwohl, das Schild. Osteisenschild. Dann haben wir... Naja. Lass mal gucken. Das kennen wir noch nicht. Fragen wir uns zu. Was kennen wir noch nicht? Verbandenmaske kennen wir. Henker, oder? Ne, Henker kennen wir auch schon. Oder? Ah, wir haben das Set von Carlas... Von Carla bekommen. Carlas Mantel ist cool. 8000. Kann ich mir ein Leben nicht leisten, Junge. Dann kann ich gucken, ob ich meine Waffe irgendwie aufwerten kann. Ah, ja. Gestalbert. Was? Was? Nochmal. Weil ich ihn vorhin geschlagen hab. Ich hab ihn vorhin getötet. Aus Versehen. Ähm. Ich hab ein kleines Problem. Scheiße. Nein, ich muss um Vergebung bitten. Bei... Dingens, bei dieser Statue. Oh, nein. Nein. Oh, das ist teuer, Leute. Das wird teuer. Aber wie der Zufall so will. Also mal überlegen, wo wir hin müssen. Ich muss überlegen. Doch, hier lang. Scheiße. Ah. Kann ich? Glut, bitte. Danke. Alter, hab ich viel Leben. Ich hör die Echse. Ich hör sie. Aber ich komm nicht ran. Oder? Komm ich da ran? Jawoll. Scharfer Edelstein. Dankeschön. Wunderbar. Ich hab mir Scheiße gebaut, Leute. Ich hab so richtig dicke Kacke gebaut. Wow, der war gut. Alle auf einmal. So, jetzt muss ich mich noch um die Ratten kümmern. Aber die laufen weg. Weil sie nicht wissen, dass ich da bin. Oder was ist los? Gib mir Glut. Oder so. Oh, Leute. Ich hoffe, das kostet mich nicht allzu viele Seelen. Weil dann hab ich echt ein Problem. Vom allerfeinsten. Bitte sag mir, dass es billig ist. Bitte sag's mir. Welker. Warte mal. Welker. Statue von Welker. Welker war doch... Es gab doch Welkers Schwert oder sowas. Begebung. 67.000 Seelen. Junge, ich brauch keine Vergebung. 67.000. Ich glaub, es hackt, Junge. Das sind... Sehr viele zu viel. 67.000... Alter, wo soll ich mir die aufkratzen? Wahnsinn, Alter. Die denken auch, ich hab Seelen im Lotto gewonnen. Soll ich mir die aus den Fingern ziehen, oder? Alter, ich versteh das manchmal nicht. Ach komm. Wo kommst denn du her, Alter? Was? 67? Ich kann's gar nicht oft genug wiederholen. Warum ist es hier so finster? War das schon immer so finster hier? Oh ja, stimmt. Hab ich noch so'n Köderschädel? Nein? Oh, auch noch. Na super. Darf ich hier? Komplett jetzt... Ah, super. Aua. Aua. Ja genau. Immer mehr. Aua. Okay, das war's schon. Sacre bleu. Ich kann gar nicht oft genug darüber staunen, Leute. So, hier liegt immer noch keine Rüstung. Warum nicht? Ich bin verwirrt. Hier müsste eine Rüstung liegen. Verdammt nochmal. Ehepartner voraus. Ah, jetzt. Trollolol. Okay. Okay, Leute. Ich, ähm... Muss gucken. Ich werd wahrscheinlich jetzt den... Diese Tänzerin da versuchen zu besiegen, weil ich wüsste sonst nicht, was ich tun soll. Ja, auf geht's zu Tänzerin. Bis dahin.